Merhaba, herzlich willkommen wieder bei The World is Liquor. Heute mit dem türkischen Nationalgetränk, Raki. Der Raki, das Nationalgetränk der Türkei, wurde im 15. Jahrhundert erfunden und zum ersten Mal hergestellt. Der Raki wurde in Kleinasien das erste Mal erwähnt und ist das Pendant zum Uso aus Griechenland. Hergestellt wird der Raki aus Trauben oder aus Rosinen und mit Anis aromatisiert. Durch die Anisnote schmeckt der Raki sehr lakritzartig. Vergleichbar ist der Raki mit dem französischen Absinth oder dem griechischen Uso. Welche Drinks ihr mit dem Raki machen könnt, seht ihr jetzt im Video. Für den ersten Drink brauchen wir unseren Shaker. Dann kommen drei Zweige Dill, drei Zweige Rucola und zwei Scheiben Gurken mit hinein. Das muddeln wir jetzt alles im Shaker, bis die Säfte aus den Blättern herauskommen. Dann anschließend kommen noch Limettensaft und Honig mit hinein. Beim Honig nehmen wir unseren Giga mit zur Hand, damit wir nicht zu viel reinmachen, weil es sonst zu süß wird. Anschließend kommt unsere Hauptspiritose der Raki mit hinein. Davon nehmen wir 30 Milliliter. Anschließend geben wir noch Eis mit in den Shaker und shaken alles kräftig durch, bis der Geschmack aus den Blättern sich schön entfaltet hat. Dann seien wir alles doppelt ab. Ganz wichtig, doppelt ab sein, sonst haben wir die kleinen Stückchen von der Gurke, dem Dill und den Rucola mit dem Drink. Und das ist nicht so appetitlich. Zum Schluss kommt noch ein Eiswürfel mit ins Glas, damit der Drink länger kühl bleibt. Und et voilà, unser Lions Garen ist fertig. Für den Rattolo kühlen wir als erstes ein Martini Glas vor. Dann holen wir uns das Rührglas zur Hand, füllen es mit Eis und dann kommt unsere Hauptspiritose wieder zum Einsatz der Raki. Davon nehmen wir hier 50 Milliliter und geben es mit ins Rührglas. Anschließend nehmen wir uns den roten Wermut. Davon nehmen wir 30 Milliliter, geben es auch mit ins Rührglas. Man sieht jetzt schon den Farbverlauf im Glas, der milchige Raki und der rote Wermut. Dann kommen zwei Tropfen Angostura Bitters mit hinein und dann rühren wir alles kräftig durch. Nachdem wir den ganzen Drink durchgerührt haben, holen wir wieder unser Martini Glas zurück, kippen das Eis mit raus und seilen den schön ins Glas ab. Jetzt sieht man die schöne orangene Farbe. Passend dazu dekorieren wir jetzt das noch mit einer Orange, drücken die über den Drink mit aus, legen die mit rein und et voilà, unser Rattolo ist fertig. Als letztes zeigen wir euch, wie man traditionell den Raki trinkt. Dafür schütten wir den Raki mit in ein Glas, dann kommt kaltes Leitungswasser mit hinein. Jetzt sieht man, wie schön milchig der Drink wird. Man nennt ihn auch Löwenmilch und zu guter Letzt kommt noch ein Eiswürfel mit rein. Den darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Und so trinkt man die Löwenmilch. Wir haben jetzt drei Varianten mit dem Raki gemacht. Die vierte ist ganz standardgemäß auf Eis mit Wasser, so wie das Nationalgetränk auch in der Türkei am meisten getrunken wird. Mein Favorit ist aber der Rattolo. Sehr außergewöhnlicher Geschmack, geht in Richtung so eines Old Fashion. Schmeckt gut, sollte man mal probieren. Viel Spaß beim Nachmachen und vergesst nicht, abonnieren und lass gerne auch mal einen Kommentar da.